Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4. Ich bin der Leader der Zombie Cowboys und der neue Präsident von Los Santos und Blaine County auf der Sony Playstation 4. So, Hater sind hier auf meinem Channel nicht der Wünsch. Jedes Hater-Kommentar bringt 60 neue andere YouTube-Videos auf meinem zweiten Channel hervor. So, den Spruch habe ich abgelassen und jetzt gehen wir mal in mein gutes altes Gefährt, in einem unglaublich schönen, mehrsitzigen Propeller-Flugzeug-Maschine-Gerät, irgendwas. Und zwar starte ich dieses tolle Flugzeug, was mich ein bisschen an Jurassic Park erinnert, an Jurassic Park 3, an dieses Flugzeug, was von der Startbahn abheben will. Und plötzlich kommt ein anderer Dinosaurier an und schramt das Flugzeug. Das Flugzeug stürzt in den Dschungel und der Spinosaurus ist aber egal. Wir fliegen auf den höchsten Berg hier in Los Santos und Blaine County auf den Mount YouTube Gamescom. Exactly, bitch! Und zwar habe ich den Namen offiziell geändert, da ich ja der Präsident bin auf der PSC. Es ist jetzt der Mount YouTube Gamescom. Ihr seht hier unten die schönen Tannen, es sind echte, echte Dornenspitztannen, unglaublich! Und da unten sind die Schleimkäfer schon... Fuck ab, bitte! Okay, also das war jetzt nicht so gerade gut von mir, was ich hier gemacht habe, aber es war nötig. Es war nötig. Aber ich habe einen Fallschirm. Er kann mich retten aus dieser un-un-wirklichen Realität. Ich muss nur die richtige Absprungsstelle finden. Und die hat YouTube Gamescom natürlich wieder gefunden, dann ich bin ja auch der König. Achtung, schaut zu! Schaut den Meister... Oh, okay. Schaut den... Ah, fuck, ich bin schon wie... Nein, 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 nein. Mann, Leute, was ist los mit mir heute? Ich bin heute irgendwie nicht gut gelaunt, aber hier ist eine Absprungsstelle. Hier kann ich springen. Passt auf. Seht und staunt. Ja, 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 bitch! Jetzt öffnen! Ah! Kommt schon. Oh, die Polizisten sind schon da unten schon. Sie wollen mich töten, sie wollen mich hinrichten, aber sie schaffen es nicht. Weil ich mit dem Fallschirm ausgestattet bin. Hier unten seht ihr den Schatten von mir. Perfekt. Schatten. Shadow, bitch. Okay. Das haben wir wieder gut hinbekommen. Einen sehr guten Bestjump. Jetzt muss ich nur irgendwo finden, wo ich landen kann. Oh, fuck, puta madre, du verdammter Ungläubiger, du verdammter Beschissener Zocker. Wie kannst du mich töten? Der, der dich... Munitionstechnisch sieht es bei mir erstmal nicht gut aus. Ich habe noch eine Handgranate, aber mit der Handgranate können wir genug Schaden verursachen, um 20 Leute in GTA hinzurichten. Komm her, Digga. Ja, Mann, kill mich doch. Ich werde dich nicht auf YouTube veröffentlichen. Wie kann der mich nur töten? Wie kann so ein Mensch etwas tun? Wie können Menschen zu so einer Tat überhaupt fähig sein? Vorfüte, komm her. Jetzt bist du gefickt, Digga. Jetzt bist du gefickt, oder? Jetzt bin ich... Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist jetzt hier der Boss? Er versucht mich zu töten. Oh ja. Hat er vielleicht eine Knarre an Bord irgendwo? Nee. Shit, Alter. Mordanschlag auf YouTube Gamescom. Schaut euch das an. Ich brauche Munition, aber ich habe keine Munition mehr. Was mache ich jetzt? Kann ich hier irgendwas kaufen? Egal. Ihr seht jetzt offiziell, wie YouTube Gamescom mit einem Golfschläger gegen einen Kampfjet fliegt. BAM! Seht! Ich habe den Kampfjet ausgeschaltet. Perfect! Und so gehe ich nun. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, eure YouTube Gamescom auf der Playstation 4. Ich muss das Video frühzeitig beenden, weil ein Mordanschlag auf mich verübt wurde. Da unten läuft die Pussy irgendwo. Ich versuche sie mal ranzuzoomen. Komm. Komm zu mir. YouTube Video beendet. Perfect! Ich bin unsterblich, ihr Schweine und Fans. Damit du in die graveyard.